Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Conan. So, weiter geht's im T1-Raid. Und zwar... Wir machen bei Jagd mal weiter. Ein Riesenwürmling. So, mach das Bildmachtgerät an. Im Hintergrund sind übrigens meine Gilden-Member, wenn ihr die hört. Übrigens die einzige T1-Instanz, wo keine Mob-Gruppen stehen, wo man gleich direkt zum Boss gehen kann. Ich denke mal, dass die auch jetzt nicht lange brauchen wird, bis die ja down ist. Ich muss mal schauen, ob ich da nicht irgendwann in nächster Zeit mal T2 mache. Okay. Okay. Das war's. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 So Leute, damit würde ich sagen War es das auch schon wieder mit Jakma Und ihr habt es schon gehört Nächster Halt Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet Wenn es euch gefallen, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da Und dann würde ich sagen Tschau, bis zur nächsten Folge Euer Andi Bis zum nächsten Mal